Ich vermute, ich kenn mich aber, wie gesagt, ich hab gar keine Ahnung von sowas. Ja, Wagen wird jetzt abgeschleppt, ne? Ähm, ich vermute, dass irgendwie vielleicht so ein... Kann es sein, dass irgendein Tier das durchgebissen hat? Kühler kaputt. Ja, irgendwas ist da kaputt auf jeden Fall. Kühler kaputt oder undicht. So, und dann kannst du ja nicht fahren. Marderbiss, ja, ich glaub wirklich. Ich glaub, das ist das Problem. Was macht man denn jetzt damit? Also, jetzt wird der Wagen abgeschleppt und zur Werkstatt gebracht. Glaub ich. Kühler riss oder schlauchporös. Ja, genau. Ich kenn mich damit sowas nicht aus, wie gesagt. Ich konnte ihr überhaupt nicht helfen. Ich hab hier halt die Sachen gebracht. Pro Werkstatt jetzt neben mein Auto. Ja, ja, ist neben dein Auto, oder? Und muss dieses Auto, okay. Versicherung regelt das. Ja, ja, sollte man machen, die Versicherung. Fährt ein Labor, aber keine Ahnung von Autos. Man, man, man. Ja, Bruder, ich kann dir nicht erklären, wie ich ne... Was soll ich machen? Soll ich den Zünder irgendwie wieder anzünden? Was soll ich da machen? Wenn der Zünder dann nicht funktioniert. Ich hab keine Ahnung. Stand nicht davor. Ja, tut mir leid. Sieht aus wie ein Kfz-Mechaniker. Keine Ahnung. Weiß ich doch nicht. Als ob das da so drinsteht. Wenn sie ein Lambo holen möchten, müssen sie vorher die Kfz-Ausbildung haben oder so. Was weiß ich? Ich hab keine Ahnung, warum das nicht geht. Ich hab's in den verfickten ersten Monat. So. Darf man erst holen. Darfst du dir holen, nur wenn du ne Kfz-Ausbildung hast. Ja, tut mir leid. Zünder anzünden. Ja, der Zünder, find ich. . Untertitelung. BR 2018